So, dann sag ich mal Hallo und herzlich Willkommen zu The Last of Us 2 Remastered. Ich bin der Zobarok und ja, wir sollen jetzt ins Hotel. Der Hotel Grand. Und da sind auf jeden Fall, höchstwahrscheinlich, Leutchen drin. Alles klar, Ellie. Komm runter. Wow. Edel. War ein Hotel etwas für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Keine Ahnung. Nein, nein. Das war viel zu teuer. Oh, das war bestimmt schön. Ja, schön war es, das bestimmt, aber wie gesagt, ähm... Ob das Telefon noch geht? Da kamen wir doch hoch. Nein, ist zu hoch. Mal sehen, was wir finden. Gut, vielleicht finden wir eine Leiter oder so. Ah, ich vermisse Kaffee. Ja, so eine schöne Tasse Kaffee, das wäre echt super jetzt. So, hier ist nichts weiter, oder was? Nee, ne? Tür geht auch nicht auf. Höchstwahrscheinlich nicht. Nein. Okay. Ah. Warte mal, stell sie erstmal wieder hin. Ich will einmal gucken. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Nee, ne? Da oben kommen wir sowieso nicht. Da kommen wir auch nicht weiter. Na gut. Ne, mit Leiter noch mit. Ne? Und, äh... So, platzieren wir die mal. Komm, stell ich mal nicht so an, dass eine Anulade, die wiegt nix. Und jetzt doch. Fahrstuhl, ne? Na, nein. Leider nicht. Okay. Warte mal, liest du mit? Da drüben liegt noch was. Ich sehe gerade. Ich weiß noch nicht was. Warte mal, das nehmen wir noch mit. Du bleibst schön da, ne? Ich warte. Was haben wir denn da? Zehnmal, das ist doch ganz schlecht. Okay. So. Hinde auf. Hinde auf, mein Freund. Dann machen wir uns mal... ...auf dem Weg zur Brücke. Wir sind 100% nicht alleine hier. 100%. Vorsichtig. Okay. Da geht's weiter. Lassen wir trotzdem nochmal... Hier ist nichts weiter. Da kommen wir auch nicht hoch. Na gut, weiter, hier raus. Hau ein Mist. Runter, runter. Ach, da schon immer. Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Das ist doch Quatsch. Wir wollen seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich. Oh, verdammt! Erwischt. Mist. Alter. Alter. Sag mal los! Hey. Hey. was ist hier los sag mal wie schief ist das denn hier gelaufen die sind auch gut die nehmen wir mit sorry aber es nützt ja nun mal nichts die sache ein bisschen zieht sie mich konsequent anweser dass ich noch was drin nicht nehmen achten weil für nichts mehr stein lassen liegen schauen augenblick haben wir auch fertig haben wir auch rauchbomben meinst du da ist noch jemand ok so ein bad ist fertig was haben wir denn noch hier vier schluss auch hier die schrotze lassen wir auch nichts schlimm ist ich weiß nicht wo sie sind rum rum füllt gerade nehmen wir noch mit ok das zimmer ist auf jeden fall was hier noch erste hilfe ach das hilft uns gleich ein bisschen okay das teils dicht warum ist das zu die tür ist auf hier ist noch was drin irgendwo sind sie da ist die tür ist auch dicht schade aber ich denke mal wir sollten vielleicht vorher vorher eventuell mal auf der terrasse hier ist alles leer haben wir schon bei mir nehmen wir auch so hier im bad lassen wir mal zurück auf der terrasse nie warte mal von hier kamen wir doch ne klar von hier haben wir einmal kamen ja ach warte mal da müssen wir hier durch warum nicht wo war denn das noch verflucht da vorne auch nicht warte mal wir waren doch dahinten da war es hier da müssen wir durch so die terrasse da ist ein bisschen krams der knüppel ja gut unsere ist besser ne da ist ja Hilfe hier nachdem was wir sehen hier ist nix hier ist nix ne schade da ist nur ein knüppel der erste mal andere seite soll hier kommt sie mit ja was denn hier ach ich jetzt weiter nach oben machen wir gleich erstmal wollen wir schauen ob wir noch was finden da hat die armee alles dicht gemacht hier ne hier ist nichts offen so hier haben wir jetzt vor oben jetzt geht los wo bist du ok ok mein freund hier ist nix was ist denn da ist doch nur einer oder was was geht jetzt alles klar bist du bei du mal stehen volles risiko gehen wir ja da hinten war nichts wir müssen auf jeden fall ist immer hier drüben was du hast du bist ja ja werde ich bestimmt ich habe ein bogen ist glaube ich eine dumme idee dann auch konnte man die hätte ich daran ich warte auf euch kommt ich da zu mir mein freund was denn vielleicht Achtung, mein Freund, jetzt komme ich. So, mein Freund, ist so heiß. Irgendwo wirst du ja sitzen, ja? Ja, warte! Oh, wir machen echt Mist hier gerade. Wir machen echt ein bisschen viel Mist. Das Fenster ist dicht. Ja, das ist nur Versteckmöglichkeiten hier, was da wo da ist. Okay. Dafür wirst du bezahlt! Jupp, werde ich. Ach du Scheiße. Der Hauptzitter der Tür. Wer ist da? Siehst du? Voll idiot. Na ja gut. Jetzt haben wir das mal kurz ein. Oh Mist, da hätte man hier die Feuer laufen sollen, ne? Du wie die. Oh Mann. Ah, sie meint das ist alles gut jetzt? Weil sie läuft so ohne... Na gut. Lass mal auf der Knüppel unseres hin, ne? Nimm den mal mit. Hier ist nichts. Okay. Ah, wir sind ein bisschen rabiat manchmal, ne? Wir geben die mit der... Ja, wie soll man so schön sagen? Mit der... Wir fallen mit der Tür ins Haus. Können wir nicht nehmen? Alter, warum hat das Ding denn so viele Türen? Äh, so viele... Halt. Mit Flasche. Du machst da so einen Krach mit den Flaschen, Mensch. Man weiß gar nicht, wo man gucken soll. Zimmer 306. Oh. Was kann ich hier noch basteln? Ähm... Messer nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht auch nicht. Und das recht nicht. Und das haben wir alles. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Ach, ja. Ach, hier geht's nicht weiter. Sehr schön. Gut. Dann kann man hier in alle Ruhe... Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Okay. Okay. Hoppala. Oh, schrecklich. Oh mein Gott. Okay. Okay, die war auch noch mit. Ähm... Ich kann sagen, ob wir das Leute reingeballert haben, glaube ich eher nicht, ne? Fall da nicht runter. Wie ist noch mehr? Eine Flasche, ja. Dann nimmst du doch lieber den. Warte mal, krieg ich da runter? Da ist noch mehr... Äh, oder auch nicht? Na toll. Hier sind wir hier vorne wieder. Ach so... hat mir die ganze menge wichtig gespart ja lass uns mal weiter der liebige ist mal zur seite das haben wir jetzt noch so viele zimmer so viele räume so viele ecken wo man die man abgucken kann absuchen kann ein bisschen alcohol die steht immer in der tür okay naja gut frisch sieht die stadt nicht mehr aus das haben wir noch mal das badezimmer das 1 von den von den dunklen ecken gut geht auch mal weg lassen die aufstürung klettert hindurch ja das ist ich meine super dass die tipps geben das finde ich klasse wir waren aber noch gar nicht fertig wir waren aber noch gar nicht fertig weil wir gucken ja gerne mal so in die ecken und und was dann sonst noch ist man könnte ja theoretisch auch hier so durch oder schon volles rohr ist ja auch kein problem kann man ja locker machen aber ist leider nicht so meinten ich gucke hier mal so ein bisschen was da noch so ist da woher voll wir sind voll was haben wir doch nur noch was ein bisschen reserveteile und so krams man lässt man nicht gerne alles mit was man so findet hat man hier sind wir auch schon gewesen dass die andere seite von fenster das heißt da zurück sie weiß wohin wir folgen wir folgen ja einfach mal so hier war nichts nach oben ich hoffe es wird keiner schwindelig alles klar da geht es weiter aber wir nehmen erstmal alles was wir finden so müssen wir das bauen zwischendurch kann man nicht machen messer haben wir genug so gut ich habe doch nicht erst mal das ist ja nicht so dass wir keinen krach machen mal sehen wo wir landen das sieht nach durchgang aus ja das ist doch super sicherheitshalber hat sich die kür zugemacht das ist super wie kommen wir jetzt weiter das wird ganz schön eng aber na komm ok wir müssen da ja genau versuchen wir erstmal bevor wir abstürzen das muss rechtzeitig sein jetzt geht's gut alles ok du hast mich zu Tode erschreckt ich komm auch zu dir ich versuch's na super da ist der ausgang ich fürchte das schlimmste wohin jetzt was war denn das ach die lampe jetzt müssen wir doch wieder tauchen ich hasse das tauchen ach du scheiße sind wir hier richtig ich hoffe mal west tower b na super jetzt weiß ich keine ahnung wo wir sind das lassen wir mal schauen wenn wir schon mal da sind dann können wir da noch was rein ja lass da nichts liegen man alter freund ich kann mich was machen können wir nicht mal was bauen ich fürchte auch so dass die budel irgendwann zusammen ja da drüben staff locker room elevator emergency exit stairs da ist das büro muss irgendwie das tor umgehen ja bestimmt bloß wie kommen wir da nicht rauf jetzt läuft hier kommen wir da nicht in die zwischendecke hoch ach du groß an gott wir müssen da ach da vorne geht's weiter erstmal tief durch haben wir ne und ähm jetzt geht's weiter schwimmen schwimmen alter freund schwimmen doch bitte schwimmen da nicht diese schwimmen ist nicht mein freund schwimmen ist nicht mein freund natürlich ist so viel nix drin war so klar verdammt spuren wundervoll damit die auch noch einen hacken na klasse ist ja der hammer das wäre super dass mich hier raus hopp hopp lass mich hier raus nee er geht ja nicht hoch nee er will ja nicht wir müssen noch ein brüchern oh mann aber wie das freie weiter geht freunde das sehen wir in der nächsten folge ich sag mal vielen vielen dank fürs zuschauen drückt mir die daumen bis zum nächsten mal und tschüss das ist ist es es es